Die Pleppos sind zurück! Die Pleppos? Ich schlief mich jetzt. Erst noch trinken. Ja, ich auch. Au! Au! Mhm, so. Tag 221. Mhm. Und immer noch kein bisschen weiß. Äh, ja. Giftresistent rein und an ihr bieb. Ja, Moment, ich geh mir eben Fleisch und Fischbraten. Ernsthaft jetzt? Was? Ah, du willst ja eine kleine Mäusche. Nee, 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 nee. Kommt ihr da nicht mit dem Boot? Doch, in der Regel schon. Aber es lohnt sich nicht. Weil wir haben, hier ist das Portal jetzt. Also da ist unsere Mob Farm, unsere Stein Farm hier oben. Und hier sind wir gestorben quasi. Du könntest, klar, du könntest im Boot hier runterfahren. Ich glaube, es gibt mehr darum, um den ganzen Scheiß zurückzukriegen. Könntest du kannst ja auch hier. Wir haben hier, ne? Ja. Du kannst ja auch quasi... Darüber rennen und dann über den, äh, über den Damm. Ja, hier mit dem Ding. Mhm. Und dann kannst du den Rest komplett nach Hause laufen. Wobei, du kannst auch wirklich einmal mit dem Boot hier langfahren, ne? Inselnähe oder neben ihm. Aber wir haben ja kein Bötchen. Wir haben ja gar keine Bötchen. Ich habe ja gar keine Auto. Ich wollte gerade fragen, und was ist das da unten im Wasser, bitte? Dann ist, äh... Bei dir im Bild. Dann habe ich festgestellt, war ein Fleck auf meinem Monitor. Entweder das oder du meinst den Baumstamm, der hier schwimmt. Nee. Nee. Den meine ich nicht. Hier, dann hätten wir nicht hier im Boot stehen. Wo ist denn unser Boot hin? Ähm... Wo hast du es wieder kaputt gemacht, hä? Wenn ich ihn kaputt gemacht habe, habe ich es gar nicht. Aber erinnere dich mal, wo wir vorhin mit gefahren sind? Das war ein Floß. Das Boot muss aber auch Tor 1 irgendwo hier stehen, glaube ich. Nee, Tor 1 war unser... Das Floß? Ach, keine Ahnung. Sonst bauen wir uns ein neues Boot. Also, das ist... Nöt. Also, ich renne da jetzt hin. Willst du mit? Ja. Nöt. Das ist ja... Krüppel, ne? Krüppel, Krüppel, Krüppel. Krüppel, Krüppel. Eigentlich, ursprünglich, war das mal so... The Plan, ne? Das war mal so'n Plan, ja. Das hast du aber auch hier, ne? Ist wie Fort Knox, ne? Wie Jurassic Park. Hast du das aufgebaut? Natürlich. Hallo. Hallo. Was denn auch sonst? Da sind wieder Egel. Ja, das ist ja egelig. Da steht ein Trauger. Ist doch nicht wahr? Ich hab wieder Löwenschahn aufgenommen. Das ist doch nicht normal. Da steht auch ein Trauger. Ach ne, ist doch nicht wahr, oder? Da ist der Käfig, da muss ich hin. Ah, ich bin schneller. Ja, ich brauch keine Ausdauer mehr. Neue ich auch nicht. Neues Material, Kette. Hä? Du hast ne Kette? Ich hab ne Kette. Cool, Kette ist cool. Ja. Ich hab meinen Stein. Soll ich dich mal ins Halt... Hängende Kohle... Lass da rein. Den da rein. Oh, was lass ich denn hier? Was lass ich hier? Fresh. Ne ich das mit? Ich hab Schle... Kette kommt vom Geist. Och, ich hätte gerne Dings gehabt. Ich trag zu viel. Wann trage ich zu viel? Ich muss erst noch den Kollegen anziehen. Äh, was werfe ich denn weg? Weiß ich nicht. Hast du Knochenfragmente? Äh, nein. Gold? Nein. Rubine? Nein. Nein. Perl? Nein. In der Rhein? Äh, ja. Hier bitte schon, check ich dir. Kann ich schon ein bisschen... Danke. Kann ich schon ein bisschen... Hast du ein Blutsack? Äh, hier. Ja. Nimm dir mal aus meinem Grabstein die vier Blutsäcke. Warum kann man diese Fackeln eigentlich nicht mitnehmen? Ähm. Hartz? Wärt mir das Hartz hingeworfen. Ich? Ich wach voll. So. Leichenlauf. Gefiederstand. Raus. Und... Abrichtung. Äh... In welche Richtung wollen wir eigentlich jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage. Wollen wir jetzt nach Hause laufen? Oder wollen... Wohin wollen wir laufen? Wacht, wacht. Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Oh shit. Wenn du sagst überlegen, das dauert doch wieder. Nach Hause laufen funktioniert nicht ganz, ne? Warum nicht ganz? Lass uns erstmal rüberlaufen. Komm, erstmal rüberlaufen, damit wir die Sachen schon mal in Sicherheit haben. Ich glaube, das ist der beste Weg erstmal. Dann haben wir den ja schon mal safe auf der Insel da. Und was wir dann machen, das können wir immer noch gucken dann. So, wo ist unsere Farm? Weiter links. Weiter links. Links ist da, wo der Daumen recht ist. Wo ich in der Daumen recht. Ich habe dem Recht gesagt, will ich es nicht so tun haben. Ich auch nicht. Wobei, manchmal könntest du mir einfach einen vorstellen, wo ich da mal eine Wut rauslassen kann. So. Hier ist unsere Farm. Aber da kann die arme Sau dann auch nichts für. So, jetzt können wir uns... So ein bisschen funktioniert das da unten, aber noch nicht gut. Ich glaube, mit dem Feuer wäre echt sinnvoller. Mit den großen Steinen dann. Aber es sieht doch gut aus. Ähm. Pass auf. Wir folgen der Idee. Oh. Wir bauen uns jetzt hier unten oder hier oben eben einen Köhler und einen Dingenzinn. Wir brauchen im Grunde... Nein. Wir brauchen nur zwei Dinger. Ja. Die ziehen wir uns eben, machen uns dann eine Schmied und dann ist es gut. Im Endeffekt ja, ne? Ja. Oder ich gehe rüber, bringe Kohle mit und alles für einen Schmelzofen. Wir schmelzen die zwei, machen das Ding hier eben fertig. Ich muss sowieso rüber, weil ich muss mein Werkzeug reparieren. Ja, muss ich auch. Also. Also, darüber müssen wir so oder so. Aber wir können das... Wir können das Eisen ja hier lassen. Genau. Ich packe mal, hier unten eine Kiste hin. Wie komm ich da jetzt rein? Ja, wo ist denn da Eingang? Ja das ist schlimmer als Jurassic Park hier. Was machst du da? Wo bist du hin? Ja keine Ahnung. Hello. Hi. Hi. komme hier vor dem schießstand die fehlende voraussetzungen zumal unsere sachen ja angreifen kann ich mir diese scheiß werkbank ja ich muss im werkbank sitzen damit die kiste sitzen kann ich habe kein holz da ist eine kiste das kann ich alles mitnehmen wir sind schon zwei ich bin gerade in so ein spieß mal schön warum warum machst du das was ging so ich kann eh nicht ich muss erst mal das da rein durch kerne kommen doch gar irgendwann wir brauchen auf jeden fall 50 kerne 10 habe ich auf der tisch und wir brauchen ist dieser verdiebte kühne nicht kühne schmelzen wir brauchen 20 stein 20 stein ist jetzt nicht das problem ich habe auf der tisch und in der kiste müssen auch noch ein paar liegen in der mitte in der mittleren kiste so und ich nehme mir jetzt das ganze gold alles was ich habe wollte ich eben mitnehmen das ist doch super alles was ich habe ich gehe dich jetzt schon den uralten besuchen gibt uns doch wenigstens eine chance mal irgendwie meinst du mich warum ich wollte mir nur eine lange mich für mich ist es sehr uralte das ist ja auswähl sender nur den händler nicht kann sich wieder panick hat sie davon pp in den augen ja hatte ich es nicht schön springt ja trotzdem troll mit war mir so klar oder brauchen wir unbedingt ein neues lagerhaus wir brauchen ein vernünftiges lager oder so richtig einsortiert ist nach wie schön passieren sehr merkwürdige dinge wo passieren merkwürdige wo bist du hin hier im wald wo ich jetzt stehe ich komme hinterher hier kippen die bäume um offensichtlich kannst du ja noch nichtmals alleine einkaufen gehen türen zu machen kann auch nicht wie beim händler aber hier ist gerade im baum umgekippt und da ist mir neu dass die ich hier einfach so umkippen ja ich könnte gleich noch meine spitzsacke was brauchen wir denn bist du jetzt beim händler gestorben oder warum bist du von meiner karte verschwunden ich stehe beim händler ok die mini map zeigte dich gerade nicht mehr an so also ich habe auf jeden fall schon mal licht wo es ist die frage wenn ich mir noch ein gürtel kaufe ich sag mal die antwort wird nein sein was ist mit diesem jimmier fleisch was ist das denn das ist als fleisch bringt das was sehe ich so aus als würde ich das wissen eisenhammer bitte was bitte was bitte was moment ich bin unterwegs warte nichts machen was nichts machen was hat er gemacht nein hier pass auf ich gebe dir jetzt das fleisch ja der müsste jetzt auch eisenhammer anzeigen ja hat er das fand ich jetzt so die irgendeine überrüstung des riesen ich kaufe jetzt noch mal fünf du hast ja ich habe fünf ja so ich habe jetzt auch fünf brauchst du später um spezialwaffen zu kraften ich dachte könnte man essen weißt du hat er dann so eine halbe stunde nichts mehr fressen muss oder so doofkorb ich will den haldo da haben den halstein hallo ich will nicht reiten die aussage war jetzt auch sehr falsch mutter wartet aber da war kein kommentar hier die steine rum ja weiß ich ach ja das haben wir das haben wir so was machen wir jetzt also als erstes machen wir jetzt mal da die 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 fertig weißt du die direkt world safe in 30 sekunden ich habe noch ein paar samen in der tasche und ich merke diesen hass diesen verhassten blick der von hinten kommt ich merke es weißt du nicht gemerkt dass wir das zicken das zucken in meinem rechten auge er sagt du lässt die tür auf und nimmst den kollegen mit rein ich wollte ihn zum essen einladen hier kommt so selten einer hin jetzt bin ich schon mal gastfreundlich passt es dir auch nicht die kannst du recht machst freundlich nein kann man nicht jetzt dass den ganzen boden hier versaut wieder wischen richtig auf die knie ich gehe jetzt mal sortieren weil du schaffst das ja nicht hier im ihr fleisch was habe ich hier eine kette wo pack ich die kette hin der kann dahin nee 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 alles muss man selber machen so das haben wir das feuerstein haben wir hier irgendwo schon feuerstein da wieso habe ich zwei fackeln pfeil und bogen brauche ich die würde ich die anderen würde ich gerne rauspacken ein mächtiger hammer der eines champions würdig ist zweihändig gewicht 4 kilo qualität 1 haltbarkeit 100 instandsetzungslevel 2 hauen 55 18 minus 34 block wert 15 15 parier stärke 50 parier bonus zweimal rückstoß 200 hinterhältigkeit zweimal bewegungstempo minus 20 gesamt minus 10 falls es sich interessiert kostet zwei uralte rinde 30 eisen 4 im ihr fleisch und eine elite traurige trophäe hat mich nicht interessiert ich bin dabei deinen scheiß hier weg zu räumen den in sämtlichen kisten gelassen hast so was hast du jetzt für ein spielzeug gar keins ich habe das gebaut und solchen 30 eisen hernehmen nicht bewusst versehen so dass das was habe ich noch hier in der kiste hartz 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 4 und attacken dir subling kerne kommen da oben irgendwo rein da immer noch der macht mich fertig mach ich gar nicht doch machst du das schaffst du ganz alleine nee aber du hast eine sortiereigenschaft die ist echt der wahnsinn bestimmt gar nicht ich sortiere überhaupt nicht ja eben ein bisschen loch sechs schlüssel haben wir jetzt sieben ich habe einen auf tisch 8 hier liegt ja auch noch ein bisschen rum sein sortiert ja nicht warum auch für irgendwas musst du doch gut sein oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich hatte doch irgendwo die knochen gerade noch da sind sie doch wie viele braucht man denn von den knochen ich habe keine ahnung davon sehr viel ne die kette die kette die kette wo packe ich die hin die packe ich erst mal mit zu den zu klickern da haben wir trauertrophäen braucht auch kein mensch da haben wir die schwänze aber ich würde sagen egal was er da unten macht das erfahren wir alles in der nächsten folge ja ist es so weit bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal